So, ich bin heute hier mit dem Cragen und mit dem Nico. Sag mal, ihr Wichse. So, ich mache heute wieder ein Trade-Up. Ich habe ein bisschen Blut geleckt bei dem letzten Trade-Up und habe mir deshalb gleich mal hier die Nova Coil gekauft, pro Stück 42 Cent. In der Summe 4,20 Euro. Und ja, dann sehen wir mal, was dabei rauskommt. Du Scheiß, war das Kacke. Auf dem Community-Markt verkaufen, alles klar. Sag mal. Schatten wir mal. Weiter. Dann kommt sowas hier mit Crappes Scheiß raus. Locker kommt Crappes raus, Schleiger ohne Erschrift, mit einem Herzchen, mit einem Ausrufezeichen. Und natürlich, äh, Spoiler, beiden. Denes. Vertrag absenden. Alter Scheiße. Locker ist jetzt so ein Live. Na klar. Na klar. Na klar, ein Live. Was ist denn das Beste, was du kriegen kannst? Oh mein Gott. No way. Was, was, was? Bitte, bitte FN, Alter. Bitte FN. Komm. FN. No way. Bitte. Erzähl. Nee, warte, 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 warte. Ach, du hast nie Warte bekommen. Yo. Ich hab's Geld raus. Ich hab's Geld raus. Ja komm. Das Geld ist aber komplett wieder raus. Ich wusste, das war... Korrekt. Das stimmt, das war die 6-Euro-Pistel. Oh. In Craggen. So wird das gemacht. Yeah. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Trade-Up. Hm. Tschüss. Wann war das Scheiße? Ne, das... Ne, das freut sich gar nicht. Egal. Ja. Ja. Da.